Was geht und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite Video von mir und die meisten von euch werden schon wissen, worum es hier geht und zwar um den neuen Gegenstandshop in Fortnite. Wir haben neue Sachen bekommen mit dem neuen Update, wo noch neue Skins geleakt und die sind heute erstmals wieder in den Shop gekommen. Die gucken wir uns aber mal direkt an, würde ich sagen, ohne dann zu fackeln, lasst einfach ein Abo da, um in der Zukunft nichts mehr zu verpassen. Dann gucken wir jetzt mal direkt rein und gucken uns den Itemshop an. Und wir sehen auch schon hier Lightshow, ein ungewöhnlicher Skin und diesen Skin feiere ich nicht. Ihr wisst es ja, das ganze komplette Neonleuchten-Set ist nicht so mein Ding, feiere ich absolut nicht, bring es zum Leuchten-Teil des Neonleuchten-Sets und ich finde es einfach absolut irgendwie langweilig und es flasht mich irgendwie nicht. Also ich finde es irgendwie nicht cool und deswegen würde ich mir diesen Skin hier nicht kaufen für 800 V-Bucks. Wir gucken direkt weiter, Electro Swing für 500 V-Bucks und da würde ich sagen, spiele ich euch mal kurz den Sound ab. Sollte auch schon wieder reichen, Electro Swing sollten die meisten von euch noch kennen, ist jetzt nichts Neues oder so, deswegen brauchen wir hier glaube ich nicht mehr drüber zu reden. Wenn ihr Bock drauf habt, gönnt euch, ansonsten guckt einfach weiter. Dann haben wir die Figra für 1500 V-Bucks mit dem Rundschild Rücken-Accessoire, lebt für die Jagd und das sieht man wirklich auch. Der ein oder andere Pelz und so ein Fell und so ist am Start, finde ich okay, passt ins Wikingerdorf, aber so an sich würde ich mir den jetzt vielleicht nicht holen. Also die Haare und so sehen absolut nicht cool aus und deswegen würde ich den einfach mal liegen lassen im Shop, aber ihr könnt den natürlich kaufen, wenn ihr wollt. Und wenn ihr das machen wollt, dann gerne mit dem Creator Code Meta-8 müsst ihr alle 14 Tage neu eingeben und wenn ihr den neu eingeben würdet, wäre ich euch sehr, sehr dankbar und dann könnte ich mir vielleicht bald einen AMG kaufen. Aber wir gucken direkt mal weiter. Dann haben wir noch die 10 Battle Pass Stufen für 600 V-Bucks. Passend dazu gibt es nochmal 500 Saison-EP, brauchen wir in der Zeit noch nicht, denke ich, denn die Woche 5 ist gerade mal angefangen und da haben wir noch einiges vor uns. Also nehmt euch die Zeit noch ein bisschen, Leute, spielt noch ordentlich, macht die Herausforderung zu Ende und dann seid ihr auch schon safe, safe, Level 50, 60 und die ganzen 5 weiteren Wochen kommen ja ebenfalls noch. Wir gucken direkt weiter, Wellengang für 500 V-Bucks haben wir auch noch, hört da auch einfach mal noch kurz rein. Ja, das hört sich relativ gleichmäßig an. Also beinahe wie das mehr, 500 V-Bucks könnt ihr euch kaufen, ist auch ganz witzig und nice. Dann haben wir nochmal den Eisbrecher als Spitzhacke, sollte man nicht auf dünnem Eis benutzen, teils Arktis Einsatzsets und da ist wirklich was wahres dran. Er ist ja wirklich Eisbrecher und wenn ihr es auf dünnem Eis benutzt, dann wisst ihr ganz genau, was passiert. 500 V-Bucks kann man machen, muss man nicht unbedingt. Dann haben wir den Sturmblitz für 1200 V-Bucks neu im Shop, schlag zu wie der Blitzteil des wütender Sturmsets. Das Ding sieht irgendwie besonders aus, es sieht nice aus, muss ich sagen, also irgendwie gefällt es mir. 1200 V-Bucks ist zwar nicht gerade billig, aber trotzdem sehr cool, nice und etwas besonderes. Dann haben wir nochmal Sturmauge für 1200 V-Bucks und dieser Glätter sieht richtig episch aus. Das Auge sieht auch richtig cool aus, ist ja natürlich mit dem neuen Sturmdreher-Item gekommen, weil, ja ich meine, Sturmauge, Sturmdreher, hört sich schon sehr ähnlich an. Bändige den Sturmteil des wütender Sturmsets und dann haben wir natürlich nochmal den Blitzskin für 800 V-Bucks. Furchtloser Sturmkampf und den habe ich schon vorher gesehen, der wurde schon geleakt und der sieht echt nice aus. Der sieht richtig, richtig cool aus und ich glaube, den werde ich mir auch noch kaufen. Also hier definitiv eine Kaufempfehlung, aber nur mit dem Creator-Code Meta-8. Wenn ihr noch V-Bucks braucht, dann unten in der Videobeschreibung, habe ich euch Xbox und PSN-K verlinkt, könnt ihr bis zu 5 Euro sparen und mich sogar noch dabei unterstützen. Dann haben wir nochmal den Gewitter-Skin für 2000 V-Bucks, richtig cool, also der sieht echt besonders aus, muss ich sagen. Mit dem Blitzumhang, der, ja das Ding sieht richtig cool aus. Auch wenn es ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, dass der Kopf ein bisschen frei ist, aber trotzdem sieht er episch aus und es ist ein legendärer Skin. Also für 2000 V-Bucks gehört er euch. Unterstützt mich gerne, ansonsten würde ich sagen, lasst ein Like, dann lasst ihr auch ein Abo oder lasst nochmal in der Zukunft nichts mehr zu verpassen. Rundrufe vorne gerne meinen Creator-Code eingeben, Meta-8, ist auch komplett kostenlos. Wir sehen uns im nächsten Video, ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.